Hey, ich bin PartyCakes, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und, ähm, heute gibt es etwas nicht so Erfreuliches. Ähm, ich werde das Minecraft Let's Play pausieren. Allein aus dem Grund, ähm, ich hab zur Zeit, wo, keine Fackel, ich hab zur Zeit einfach, äh, nicht die Muse und auch nicht die, äh, Ausdauer, äh, neben dem, was ich jetzt gerade zur Zeit noch vorbereite, äh, Minecraft war der weiter zu spielen. Ähm, das heißt nicht, dass das hier jetzt, äh, sich erledigt hat. Äh, ich pausiere es lediglich und wir werden sicherlich, äh, zwischendrin ab und zu mal vorbeischauen, vielleicht jetzt dann auch in einem Livestream. Ich muss mir das mal anschauen, äh, wie ich das machen will, weil es wäre ja eigentlich schön, ja, es wäre ja eigentlich schade, um, äh, das, was wir hier gebaut haben und, ja, das Wetter passt ein bisschen zur, zur Situation. Ähm, ja, das ist also jetzt vorläufig praktisch die letzte, die letzte Folge, die, äh, kommt, wobei Folge ja, ja, eher relativ ist. Ähm, was wir auf jeden Fall machen, das sind wir mal die Enderperlen holen. Das ist, ähm, ja, auf jeden Fall etwas, äh, was wir jedes Mal machen müssen, nee, ähm, ja, ich finde es irgendwo ein bisschen schade, äh, mich, äh, die Muse fehlt mir auch allein aus dem Grund, weil, äh, die Resonanz nicht so ist, wie, oder nicht mal annähernd gut ist und, äh, mir fehlt einfach auch jemand zum Spielen. So ganz alleine hier ist einfach nicht, äh, ähm, mein Ding. Das funktioniert irgendwie so nicht. Mit Sebo hat's mir immer sehr viel Spaß gemacht, zusammen, äh, aufzunehmen und Allein ist es eher so, wie das Wetter hier gerade. Ähm, es wird sicherlich noch was kommen, also wie gesagt, das hier ist noch nicht abgeschrieben. Ähm, nur zur Zeit eben, äh, aufgrund von Space Engineers und, ähm, dem ganzen, äh, anderem Zeug, was ich im Hintergrund noch ein bisschen vorbereite, Ähm, ist es jetzt, äh, einfach ein bisschen gewöhnt. Ähm, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, äh, und, äh, ob, dass ihr das Video jetzt geguckt habt. Ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht eh wieder in Minecraft, vielleicht, äh, irgendwo anders. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich bin raus. Ciao.